so äh ja ne ist ja kein problem aber wisst ihr was mir heute oft gefallen ist wo ich hier die letzte rüstung von towncraft botania gemacht habe die helme von der blauen lila also von der grün sind alle falsch rum wieso falsch rum die hat man auch falsch rum auf dem kopf auf du meinst die botania helme ja die dunkelblaue die pinke und die grüne die sind alle falsch rum ja auch wenn ich die an habe ich habe doch gerade die blaue an total verpackt so ich wollte mir hier noch was reinhauen das wollte ich noch herstellen auf die schnelle hier das brauche ich das kommt da rein ich habe tier 2 und ich brauche tier 3 dann brauche ich noch ein bisschen papier und 2 goldbückel so genau ich brauche tier 3 ich habe auch wo ich heute nachmittag aufgenommen habe meinen ersten wizard geklatscht ähm von ender.io die reinforced obsidian blöcke ich bring aber nicht bei den wivern hier der ist kalt rausgeflogen ok und das war irgend so ein komischen namen und der hat alle meine tierchen getötet also fast alle so äh jetzt kann ich das hier noch machen ein scheiß dreckspapier fällt mir noch so und das tier 3 upgrade ich bin gespannt was man da rauskriegt ich brauche Eier und so ein papier habe ich Eier 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 E Das muss ja eigentlich nichts sein. Nö. Ok, jetzt hab ich ihn auch gehört. Was hast du denn lieber auf der Brust? Äh, achso, es gibt diese Server-Icons und du meinst es verbuggt, aber warum hat man da ein Fragezeichen, wenn man keins hat? Würdest du eigentlich auch haben? Äh, ich brauch schon wieder. Ey, du hast doch irgendwas, womit du das machst. Nein. Natürlich. Ja, hab ich. Eins deiner Items sogar. Ich hab nämlich rausgefunden, wie viel der Sack so vorgut ist von Botania. So, drei Eier, drei Plastik, jetzt gib mir was. Hallo? Okay. Hä? Ich will was haben. Okay. 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 Mein Opa hat da noch ein bisschen was hergestellt. Zehn Stück. Und nochmal ein paar Eier holen. Ich will so ein lucky Ei haben jetzt. Treizehn 1, 2, 3... Boah leck mich doch vett settings, wofür muss ich nicht noch inholen. Oh ne, du hast ja letztens alle Entities kippiert, fuck. Was für ein Entity? Du hast ja letztens die Entities klären müssen. Ja, warum? Unser Huhn ist nicht mehr da. Wir hatten ein benanntes Huhn. Achso, ne, dann nimm die Eier aus dem ME oder aus der Kiste. Ich bin bescheuert, warum mache ich das dort? Ich habe doch unten ein 100% Efficiency-Detail. Haha, der fetzte Ofen. Okay, ich lasse dich mit deiner Tuba alleine. Das ist deine Tuba. Musst du rechtsklick auf den Mob mitmachen, dann kannst du die Sounds von dem kopieren damit. Okay, so 50% Plastik. Ey, da musste auch jetzt mal endlich ein Ei rauskommen. Wo sind die Eier hin? Hattest du schon mal eigentlich so eine schwarze Loot-Bags mit einer grauen Fläche drin? Da kam ja nur Kuchen raus. Mhm. Deswegen stehen bei mir dort so viele. Hä, was ist denn jetzt passiert? Die Eier sind drin. Naja, aber das Plastik ist doch runtergegangen. Das war doch über 50. Da, ein Ei gehen. Guck. Ohjo. Die Eier sind auch nochmal runtergegangen. Ah, ich habe auch eins. Cool. Und? Einfach rechtsklick? Ja. Oh, 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 ja. Okay. Dann weiß ich was ich jetzt mache. Ich hau noch ein paar Stex Eier rein. Wie viele Eggs hast du denn? Mehr als genug. Ich helf dir mal. Eins. Oh, gut. Oh, wow. Das wollte ich schon immer haben. Ein Buch. Ich nehme das nächste. Zwei Clay. Kann ich Autocraften lassen. Du bist ja dran. Fire Charge. Das hat auch noch einen Cooldown. Interessant. Wusste ich gar nicht. Oh, eine Schallplatte. Da habe ich auch schon eine MME. Da habe ich auch ein Stingstier gekriegt. Chance Cubes. Ich habe auch eine Music Disc. Welche hast du? C418 Strat. Ich habe 13. Ich habe nichts bekommen. Noch Pfeile, die ich nicht brauche. Vor allem, ich habe hier schon in Fission City Tier 3 Upgrade drin. Ja. Strom Effizienz. Echt? Es gibt keine Geschwindigkeitseffizienz. Oh, ja gut. Egal. Hast du eins? Ich habe vorhin noch ein Diamant rausgekriegt. Einen Pfeil. Gelbe Farbe. Brauche ich. Das ist jetzt wieder meins. Zwei Sticks. Ich habe eine lustige Idee. Ja. Irgendwann ein Projekt machen, wo das Ding einfach mit Creative Dingern die ganze Zeit befüllt wird. Und darüber versuchen sie sich alles zu erarbeiten. Ja, das kann man wirklich machen. Ich habe zwei Papier bekommen nämlich jetzt. Weil du kriegst ja an sich alles raus. Vielleicht haben wir bisher noch kein Holz und so bekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch rauskommt. Lapis. Habe ich. Mal gucken. 35. Ey, gut. Das war dann das letzte. Uh. Äh. Schaltplatte Nummer 11. Okay. Ich kann ja mal gucken, was ich hier für eine drin habe. Äh. Die Elfer. Ja, die zerkratzte Leute. Ja, dann kriegst du die hier auch noch. So. Ähm. Ja. In 11 Minuten einfach nur Lucky Eier geöffnet. Ich wollte mir das Ding halt einfach mal herstellen, weil das episch ist und geil aussieht. Mhm. So. Was gibt es in der Mod noch? Ähm. Den Shredder. Den Shredder hab ich. Was ist das? Fertilize Mixer. Methan. Fertilizei. Das klappt sogar. Du musst mir schnell. Äh. Die Fruit of Garcia. Es ist ein Apfel. Ein Apfel raus. Genau. Das klappt sogar noch. Nesting Fan. Fertilizei Block. Und. Was ist eine Nurs? Nursary Monitor. Den stell ich jetzt her. Ich hab so viele Ressourcen. Ich weiß nicht wohin damit. Ach. Okay. Ein Pin Monitor. Äh. Warte. Den da. Wow. Wow. Man kann nichts damit machen. Nursary Monitor. Nesting Pin. Fertilizei. Ne. Klappt nicht. Ei draufwerfen. Irgendwo drauf bauen bestimmt. Das war's mit dem Monitor. Geh gehen. Äh. So. Ich wollte aber hier unten. Erze sind wieder fertig. Ich. Pfff. Ich brauch ab sofort übrigens nie wieder essen. Äh. 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 Durch diese Frucht. Achso. Äh. Ja. Das ist gut. Die verbraucht Mana um. Äh. Äh. Damit man essen kann. Joa. Alter. Ich hab 31,6 K Gold Chunk. Ich mach jetzt erstmal das Eisen hier rein. Äh. Äh. Ne. Copper wollte ich nicht. Da ist Eisen. Boah. Komm schon. Aluminium brauch ich erstmal nehmen. Ich benutze nur noch eine einzige Blume zu Mana generierung. Die Essensblume. Ne. Okay. Rosa Arcana. Okay. So. Gibt's hier ein bisschen Eisen. Äh. Die Paintingmaschine. Die brauche ich im Nachhinein. Hier haben wir alles klein gemacht. Für die komischen Aktele. Oh. Was ist denn? Was ist besser zu bekommen? Äh. 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 Fassaden. So. Warte mal. Äh. Fassaden hab ich doch schon ein bisschen was hier. Habe mich nicht alles täuscht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das sind... Warte mal. Ja gut. Das reicht vollkommen aus. Silikon ist immer gut. Wie viel Silikon hast du denn noch 1000? Ja. So. Ähm. Als nächstes. Ich wollte irgendwas anfangen. Irgendeine kleine Mod war das. Ich weiß nicht mehr welche das war, also scheiße. Roots. Ne die nicht, das war noch eine andere kleine, die hat bloß aus einem Block bestanden. What? Ich müsste jetzt eigentlich mal in der letzten oder vorletzten Aufnahme reingucken. Eine Mod, die aus einem Block besteht. Ja. Da kannst du nur ein was herstellen, ich weiß einfach partout nicht für was das ist. Deswegen wollte ich die Mod halt mal äh gucken und testen. Kannst du das Ding beschreiben? Ne. Aber ich kann was anderes machen. Ähm. Ich beende jetzt hier die Aufnahme und guck ganz kurz im Game-Mod nach. Und dann wird gleich wieder zurück gesetzt und gespielt. Also bis gleich. Ich. mal sicher. Tschüs. Hast du nicht? Untertitelung des ZDF, 2020